Herzlich Willkommen bei Keyboarder Karl und der Sängerin Lirana, ihrem Musikduo für eigentlich jede Veranstaltung. Wer die beiden Musiker für eine Hochzeit zum Beispiel bucht, der erlebt ein Highlight nach dem anderen, denn beide Musiker sind problemlos in der Lage, auch das junge Publikum in Schwung zu bringen. Geburtstag, Betriebsfeier und nicht zu vergessen Oktoberfest und Weihnachtsfeier stellt natürlich auch keinerlei Probleme dar. Ein besonderes Highlight für die beiden sind Schützenfestveranstaltungen sowie Stadtfest und Straßenfest Open-Air-Events. Das Musikduo Keyboarder Karl und Lirana sorgt für Abwechslung und eine fantastische musikalische Show, welche noch Jahre in positiver Erinnerung beim Publikum bleiben wird. Rufen Sie einfach an und Sie werden bereits am Telefon begeistert sein. Auch zu Karneval und zum Beispiel Tanz in den Mai sind beide Musiker jederzeit bereit, das Publikum zu begeistern. Erleben Sie Livemusik in Kombination mit Party-DJ und eine dem Anlass entsprechende anpassbare Musik- und Lichttechnik. Bis zu 1,2 Tonnen Equipment erwarten Sie und somit bieten beide eine Beschallungs- und Lichttechnologie, welche problemlos ein großes Schützenzelt, eine Turnhalle, einen Marktplatz oder aber auch aufgrund der Flexibilität in kleinen Räumen aufgebaut werden kann. Kontaktieren Sie einfach die Telefonnummer 0160 917 91606 oder schreiben Sie eine E-Mail an Alleinunterhalter at web.de